Noch mehr Pilze. Noch mehr Pilze. Pilze. Machen wir ein schönes Süppchen draus. So, wo müssen wir jetzt hin? Speicher erstmal. Speicher erstmal, ums wie Reynolds ihren Mann auszudrücken. Oh ne, das glaub ich nicht. Das ist weiter. So. Jetzt gehen wir nach Schardinghau, um uns der neuen Aufgabe von Vincente de Valtieri zuzuwenden. Und die Kirche leuchtet. Und der Himmel auch. Und ich habe keinen Fackel. Ja, gut in Deutsch sein. So. Immerhin sehe ich jetzt einmal, wo ich langlaufe. Das ist nämlich sonst bei dem Bildschirm nicht der Fall. Wie wahrscheinlich einige wissen. So. Okay. So. 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 Vincente. So. 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 Yet again? Sleep now and awake anew. Die erste Nacht ist zur Hälfte vergangen. Und schon bald wird die zweite Nacht anbrechen. Mein Blut. Ah. Sehe ich jetzt schon Hackfresser aus? Nee, noch nicht. Egal, dann warten wir jetzt... Oh, das war doch gar nicht die erste Nacht. Egal. Dann wird die erste Nacht vergangen sein. Ich spüre, wie mein Blut förmlich aufquillt und wie es mir zeigt, zu welchem Monstrum ich geworden bin. Ich spüre, dass das Blut in meinem Körper mir langsam nicht mehr ausreicht und ich merke, wie mir nicht mehr warm wird, sondern ich mich zu anderen Körpern, zu dem Blut von anderen Körpern hingezogen fühle, um mich zu sättigen. Mensch, was schäme ich mich? Was ich für dein scheiß Einladen habe gerade. Mal wieder. So, was machen wir hier? So. Jetzt müsste es die zweite Nacht sein und ich mich nicht irre. Ja, die stille Nacht. Und die dritte Nacht. Sehr schön. Ich bin ein Vampire. Vampire? Vampire. Jetzt. Ja. Und so müsste sich das auch hier jetzt auszeichnen. Vampire Race. 25 nur. Deswegen, wenn irgendjemand schlafen geht, werde ich... So, jetzt wird das ganze Spiel... ...weitgehend schwerer. Für mich nur. Aber jetzt muss ich jede Nacht irgendwo einbrechen. Und Leute abtrinken. Abschlürfen. So, es ist schon wieder abgeschmiert, gerade beim Laden. Aber ist mir auch egal. Ja, irgendwie liegt es ein bisschen daran, dass irgendwie der Speicherplatz immer weg ist. Und deswegen muss ich erst alles kopieren und dann woanders wieder einfügen. Weil die Festplatte, die ich sonst benutzt habe, auf einmal irgendwie nicht mehr angenommen wird. Und deswegen gab es auch die vorherigen Probleme. Und das alles ein bisschen kompliziert inzwischen durch. Und deswegen ist es jetzt auch nicht ganz so leicht zu verstehen und erst recht nicht zu erklären. Deswegen sei es drum. Auf jeden Fall gab es gerade ein paar Komplikationen. Ich hoffe, das hat nicht weiterhin zwischendurch jetzt in der Aufnahme gestört. Jetzt sind wir erst mal Vampir. Und weil es so unheimlich, unfassbar lustig ist, können wir gleich mal in ein Haus einbrechen. Alter, warum beobachtet mich denn immer noch jemand? Ich glaube, das ist nichts, was wir anrühren sollten. Ich warte. Renald Germain? Nein, ich weiß nicht jemanden mit diesem Namen. Es gibt aber auch Gilbert Germain in der Stadt. Vielleicht kann er dir helfen. Er bleibt hier oben in der Newlands Lodge. Aber du kannst ihn auch finden, wenn du rund um die Stadt gehst. Glückwunsch. Danke schön. Hey. Ich dachte, warum spreche ich es jetzt überhaupt an? Aber er hat anscheinend doch was genützt. Es ist ein Höhung, dich hier zu machen. Nicht hier, nicht in der öffentliche. Ach so, Sie gehört zu einer dummen Brunnerschaft. Wer hätte es gedacht? Hätte ich mehr ernsthaft tanken können. Ah, das ist das Haus von Rüte. Hier kann ich doch theoretisch mal reingehen. Und kann jemanden abschlürfen. Abschlürfen! Geh schlafen! Geh schlafen! Geh schlafen! Geh schlafen! Geh schlafen! Mach's dir gemütlich! Geh schlafen! So. So schnell geht das. Talk. So, das können Sie gleich auf Ihren Rüter ansprechen. Ich bin Javella Lothandes. Ich entschuldige, dass ich Ihnen nicht den Respekt geben kann, die ein Gast in meinem Haus normalerweise bekommen würde. Aber ich bin auf meiner Schmerz. Was ist das Ende? Ich bin sorry, dass du so vorwärts bist, aber ich brauche deiner Hilfe. Es scheint, dass mein husband, Rhyth, verloren ist und ich weiß einfach nicht, was zu tun. Ja, mein husband ist der Rhyth Lathandes. Habt ihr von ihm gehört? Es ist kein Zeitpunkt für Eidl-Chatter. Oh, ja, natürlich bist du richtig. Ich sollte nicht erzählen, wenn er in Gefahr sein könnte. Er sagte, Rhyth ist verschwunden. Ja, Rhyth mag in seinem Studio arbeiten, mit der Tür lockt, damit niemand ihn beschädigen kann. Er kommt meistens raus, um Essen zu essen und zu essen. Aber zwei Tage vorhin kam er überhaupt nicht raus. Oh, du machst du so viel, da. Aber wenn er nicht rauskommt für einen vollen Tag, ich habe den Studio mit dem Key er sagt, dass er nur in Regenstärken benutzt. Es ist so, dass er nicht in der Mitte ist. Ich bin sicher, dass er noch nie in der Mitte ist. Also, ich habe keine Ahnung, wo er ging. Bitte, hilf mir zu finden, Rhyth. Ich liebe ihn sehr, sehr, und ich bin so worried. Oh, sie macht sich so viele Sorgen. Ach, keine Sorgen. Ich werde Rhyth finden. Oh, danke sehr, sehr, sehr. Hier ist die Schlüssel für Rhyth's Studio. Du kannst kommen und gehen, wie du es möchtest. Wenn du mich brauchst, werde ich rund um das Haus. Hörst du, ich liebe meinen Lieben so viel. Hörst du, ich liebe meinen Lieben so viel. Hörst du hier? Hörst du hier? Hörst du hier? Nein. Ich glaube, ich werde jetzt mal mit der Aufnahme die Aufnahme kurz abbrechen. Und wir werden das Bild betreten in der nächsten Aufnahme. Ja, bis dahin. Viel Spaß sonst noch. Und ja, ihr wisst ja, was nächste Folge auf euch starten wird. Bis dann!